Schaut euch, da ist ein anderer Wind. Ja! Ja! Genau, ich hoffe, jedes Kind hat jetzt ein Pop-Pop. Ja, ja! ...modellbauschal. Und zwar hat er die preisgestattete ... ... Kumpfgärten, oder das Verwerbspreis- và Kumpfgärten ... ... dass er nachgeschäftet wie der Kumpfgärten werden. Der junge Mann, der Besitzer dieses Loyaler-Telns ... Ja! Hier wollen wir alle Kinder in der Nähe. Und die Abadonsen, die eigentlich jetzt haben, die können auch auf dem Programme. Wenn wir da mal da sind, die Stritten haben wir in meinem großen Modell im Bereich gemacht. Richtig. So. Eigentlich. Ja. Position. Und da ist eine Rocco Gold in der Ratshof. Eine Rocco Gold in der Ratshof. Ja, das ist nichts mit großem Luft. Ja. Auch. Dann sehen wir die Brüder. Wir haben hier noch mal zwei Teufel. Ja. Da ist die Brüder. Ja, da ist die Brüder. Ja. Das ist die Brüder. Ja. Ich glaube, das hat noch die Brüder. Schlafen Wenn ihr da von mir reden wollt, müsst ihr nächste Woche nach Herde fahren. Am Wochenende ist es hier zu Bayern-Oper. Da sind zwei und noch drei andere Kollegen. Da werdet ihr mit fünf dieser Doppeldecker eine echte Show machen. Wir machen jetzt auch eine ganz besondere Show. Das machen sie mit zwei. Das ist eine Rollkonstruktion, die wirklich nach dem Originalunterlagen gebaut werden. Wir gehen in der Romhausen, also wirklich original erstellt und präsentiert. Genauso eine Rückgangsschaft mit der Formel von Rechnung. Und die sieben Organisatoren, der langsamen Version, für meine Kampfgruppe, die damals erfolgreich waren, alle die großen Vorgaben haben. Ja, das ist meine Bank. Ja. 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 Das ist gut. Ja. 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 Hey to there! Und hier ist langsam so wie ein Original, schauen Sie sich das an, scheißen Sie die Aufzeichnungen zusammen und sehen Sie, das ist ja wie ein Original, sich das hier enthand, über diesen schönen Blutberg, verstrahlenen Sonnenschein, des Vormormormorms, des Kinders, des Eis für die Kinder, ist das nicht schön. 2.000 Euro, mit einer Katharina vorzuhören, sowas höre. So, da ist das für die Kinder. Hey, Herr Fried, hey, er kippt mit den Wüngern ja, er grüßt ihn ja. So geht das doch, jawohl, auf den Boden, auf den Boden, ja, schön. Platter, platter, einfach. Wunderbar, vielen Dank, Herr Niemeyer. Applaus Es ist zwar nicht nachts, und die Eulen sind auch noch alle nicht da, aber jetzt gehen zwei Hexenkopf, wunderbar, zwei Hexen für die Kinder. Wo wollen Sie die Bonbon bombarden? Bitte die Elektroflieger fertig machen. Von der Damm, Haasbach, Herr Haasbach, Herr Hengst, Herr Arnog, Herr Brandes, Herr Papst, Herr Siermann, Borg, Jessen, Meier, Eichhoff, Jansen, Buchholz, Helmut. Die Alkohar, ich bin ja auch aus, wir kennen alle eine Frau, die wir jetzt sehen. Das heißt, wir kennen alle eine Frau, die wir jetzt sehen, ja, das ist eine Frau. Liebe Liebe, wir kennen alle eine Frau, die wir jetzt sehen. Hier sind deine Frau, ich bin ja auch aus, wir sind ein Frau, der eine Frau an ... und reichen und landen und hört auf die Stausche. ... und reichen und landen. ... und die Stausche. ... und die Stausche. Ja, ich bin jungen davon. Ich habe eine gute Wettbewerb. Ich weiß nicht, dass man einfach. Ich habe eine gute Wettbewerb. Ja, ich bin sogar noch mal drauf. Ich habe noch eine gute Wettbewerb. ... 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 Ja, genau, wir kommen. Jedes Kind hat jetzt ein Bombom. Können wir ja auch mal in Ordnung. Dann haben wir jetzt nicht noch dabei. Sie sind auch geiler. 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 Und dann, wie wir das sind, wie wir das sind. Und so geht das weiter. Das ist ja alles. Wir machen immer noch weiter. Jetzt hat es die Tor. Wir fliegen weiter. Und die wird jetzt auch in den Flugraum. Ja, wunderschöner. Überflug. Wir hören doch nichts drauf. Wir fliegen weiter. Bis fast 6 Uhr. Ich hoffe, wenn Sie schon gehen müssen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Spaß zu Hause. Und vielen Dank, dass Sie da waren, dass alle so schön eingeguckt haben. Es ist wieder geduld. Eine Landung sehr in den Ohr. Und schauen Sie sich das weiter an.